Guten Abend. Viele von uns leiden jetzt wieder an den Folgen des kalten Wetter. Man hustet und ist verschnupft. Sie kennen das. Als Kind haben wir in diesen Fällen einen Löffel Honig ausschlecken. Und wenn es auch nicht immer geholfen hat, war es wenigstens ein köstliches Erlebnis. Ein Erlebnis ist der Honig auch heute noch. Wenn man nämlich im Frühling und Sommer einen Spaziergang übers Feld und dem Wald entlang macht, kann man unter Umständen einem Imker bei seiner Arbeit zuschauen. Die Hauptarbeit leistet aber immer noch Bienen. Bis zu zwölf Mal am Tag fliegen sie aus, suchen unzählige Blüten oder Bäume und sammeln fleissig Nektar und Honigtau, den Rohstoff für den Honig. So vielfältig wie die Weidegründe der Bienen ist dann auch das Honigangebot bei GOP. Neben den verschiedenen ausländischen Sorten, wie dem kristallisierten, hellen Blütenhonig, dem dunklen, herbwürzigen Waldhonig oder dem speziellen Bergblütenhonig aus Mexiko, kommen Sie bei GOP je nach Ernten und Verfügbarkeit natürlich auch besonders aromatischen Schweizer Honig über. Ob der Honig dickflüssig ist, dünnflüssig oder kristallisiert, ist keine Frage von der Qualität, sondern von der Herkunft und der Zusammensetzung. Und einen kristallisierten Honig können Sie im Wasserbad, aber nicht über 40 Grad, wieder in Flüssigzustand zurückversetzen. Da und dort ist man jetzt schon wieder voll in den Fasnachtsvorbereitungen. Unter anderem auch in der GOP-Bäckerei Zwaliselle, wo die Fasnachtsküchchenherstellung auf vollen Touren läuft. Aus traditionellen Zutaten wird der Teig knettet und anschliessend in mehreren Arbeitsgängen hochdünn ausgewalzt. Dann blitzschnell ausgestanzt und im heissen Fett knusprig backen. Jetzt werden die Fasnachtsküchchen noch mit Budezucker verschönnert und von Hand sorgfältig zusammenträgt, damit sie nicht verbrechen. Fasnachtsküchchen jetzt also wieder jeden Tag knusprig frisch bei GOP. Und bei dieser Gelegenheit möchte ich Sie gerade noch an einen feinen Kaffee erinnern, den es bei GOP erst seit kurzem gibt. Es ist der Espresso Premio. Eine GOP-Mischung mit intensivem, aber ausgewogenem Aroma, den man als typisch italienisch bezeichnen kann. Am besten wird der Espresso Premio in der Espressomaschine, wie in dieser Satrap Presidente. Unter anderem wegen Ihrem integrierten Mahlwerk, das es erlaubt, den Kaffee immer frisch und genau so zu mahlen, wie es für das berühmte Schäumli nötig ist. Und zum Schluss noch eine ganz kleine Information. Das lustige Apera-Gebett können Sie jetzt Ihren Gästen offerieren, auch wenn Sie überraschend eintreffen. Vorausgesetzt, Sie haben immer einen kleinen Vorrat von Goldstar im Tiefkühler. Heiss hingegen ist diese Woche das GOP-Rezept. Und zwar gibt es ein Potofoe, ein altes Schweizer Rezept, das wir leicht abgeändert haben, damit sie unsere Fitnesslinie passt. Auch mit weniger Fleisch und dafür etwas mehr Gemüse ist das Gericht nämlich sehr schmackhaft. Verlangen Sie beim GOP-Metzger mager Südfleisch oder schneiden Sie das Fett, das es eventuell noch dran hat, ab. Dann können Sie das Wasser mit einer besteckten Zwiebeln und einer Knoblitzähne aufsetzen, salzen und das Fleisch etwa anderthalb Stunden darin ziehen. In der Zwischenzeit das Gemüse rösten und mit dem Fleisch etwa noch 20-30 Minuten mitkochen. Die Bouillon wird mit gehacktem Peterli und Rauchbrot als Vorspeiss serviert. Und das tranchierte Fleisch mit dem Gemüse. Grob graffelte Äpfel mit Zitronensaft und Honig vermischt und mit gehackten Nüssen garniert, rundet das gesunde Essen ab. Das Rezept steht in der GOP-Zeitung. Und wie immer zeigen wir Ihnen jetzt noch ein paar besonders günstige Angebote. Ein modischer Textar-Kinder-Jogging-Anzug kommen Sie jetzt für nur 19 Franken über. Jeden Beutel tiefgekühltes Gemüse von Goldstar 60 Rappen günstiger. Und 5 Tafeln Geyeshockey assortiert sind jetzt 2 Franken günstiger. Ein Kilo spanische Clementine gibt es jetzt für nur 2,90 €. Und der Strauss aus Tulpen und Fräsien für nur 4,90 €. Und das ist das GOP-Jubiläumsangebot. 36 Paket Tempo-Papier-Nasttücher für nur 4,40 €. Am Morgen in jedem GOP-Laden. Das waren wie immer GOP-Sonderangebote. Ich sage, auf Wiedersehen.